Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wir müssen dahin. Bittery. 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 Ich habe gesagt, nein, wir werden nämlich beinahe schon wieder genau da eingestiegen, wo wir letztes Jahr auch eingestiegen sind und dann komplett in die falsche Richtung gefahren sind. Aber der Busfahrer war sehr viel netter diesmal. Er hat das gute Karma verbreitet. We love you, random Busfahrer. Aber es ist halt wieder der gleiche Scheiß wie das letzte Mal. Es steht 40 dran und nicht mal irgendwie, ja, ändert sich dann zu 42 oder über irgendwas bla 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 oder 40 E oder 40 Alpha. Es steht nur 40 dran. Fuldatal. Das ist genau da, wo wir hin müssen. Bei uns steht dann 40 Fuldatal Neue Straße. Und jetzt da an der Anzeige, okay, ich glaube, das wird man nicht wirklich erkennen können, steht beide Male dran. 40 Fuldatal. Nicht mal da wird irgendwie eine Unterscheidung gemacht. Ich könnte mich darüber schon mal aufregen. Scheiß. Jaja, auf jeden Fall. Der Samstag ist vorbei. Es ist vor allem geil mit jetzt doppelter Stärke. Ich sehe nur noch flimmern. Echt jetzt? Naja, meine Kontaktlinsen haben Stärke und meine Sonnenbrille hat Stärke. Das heißt, ich sehe jetzt so, wie Leute normalerweise durch meine Brille sehen, die keine Brille brauchen. Ich zum Beispiel. Also es ist echt ein geiler Kamera-Effekt, aber so zum Sehen... Ich mache einfach so. Na? Hast du irgendeine Sonnenbrille aufgesetzt? Es ist Nacht. Weil ich cool bin? Was ich erzählen wollte. Es ist Samstag. Der zweite Kon-Tag ist vorbei. Ich bin völlig im Eimer. Miso ist total gut gelaunt. Und der strahlendste Sonnenschein, den die Welt jemals gesehen hat. Ich kann überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich den mochigen Tag überleben soll. Ich glaube, ich werde für diesen ganzen Blödsinn ja langsam zu alt. Du bist ja auch fast zwölf. 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 Nee, Kronk ist fast zwölf. Ich bin fast dreizehn. Alter Sack... ...kin. Du bist ja so ein weiblicher Sack. Also bin ich eine Sackin. Ja. Okay, cool. Ja, das ist logisch, ne? Philosophie, Logik, Mathe. Aber was ist eigentlich Logik? Beginnen wir eine 90-minütige Diskussion zu diesem Thema. Okay. Logik kommt von dem lateinischen Begriff Logos. Was so viel bedeutet wie... Logik. Das ist ein Zusammenhang von Kausalitäten, eine Ursache und eine Wirkung. Logik. Die Ursache beeinflusst die Wirkung in ihrer Wirkung. Und nun zum Wetter. Ja. Ja, um... Welcome to Night Vale. We have a slightly pitch black sky with no stars. But we have these nice little light bulbs that are illuminating other things, not the sky. But us down here in our miserable existences. Und nun die Nachrichten. Danke, Miesi. Danke, Miesi. Danke, Miesi. Danke, Miesi. Danke, Miesi. Danke, Miesi. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020